So ein bisschen voreingenommen kann man schon sein. Das ist ja so diese heuristische Herangehensweise, dass man einfach, ich sag mal, seine Vorurteile behält und seine negativen Prägungen und so weiter behält, um einfach schnelle Entscheidungen zu treffen. Weil wenn wir bei jeder Situation, die uns im Alltag, gerade im Berufsleben, wenn wir bei jeder Situation immer von vorne anfangen, fundierte Analysen machen und bla bla bla, dann kommen wir ja überhaupt nicht voran. Deswegen müssen wir manchmal einfach schnelle Entscheidungen treffen. Und manchmal ist uns im Nachhinein dann natürlich auch bewusst, ups, da habe ich vielleicht ein bisschen sehr mit Vorurteilen gehandelt und hätte im Endzweck vielleicht ein besseres Ergebnis gehabt. Das kann im Einzelfall zwar sein, aber wenn du das in der Realität so machen würdest und 365 Tage, jeden Tag, jede Stunde, alle, ich sag mal, Entscheidungen immer tiefen analysierst, dann kommst du ja überhaupt nicht voran. Das ist ja, dann schaffst du eine Entscheidung in der Woche, aber nicht 75 Entscheidungen, wie sie vielleicht eigentlich notwendig wären. Von daher, ja, das Vorurteil bestätigt sich aber ja eben oft auch. Wenn du jetzt zum Beispiel daran gehst, blödes Beispiel, keine Ahnung, Unternehmensberater, der 22 ist. Wie viele Unternehmen hat der in seinem Leben von innen gesehen? Vielleicht ist er das eine Ausnahmetalent in Europa, der wirklich tolle Analyse machen kann und irgendwie tolle Unternehmensberatung, kann alles sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr gering. Oder wenn du irgendwie einen Ex-Alkoholiker bei dir im Bewerbungsgespräch sitzen hast irgendwie und sagt, ich habe jetzt aber wirklich aufgehört und jetzt bin ich zuverlässig, das kann gut sein. Aber die Wahrscheinlichkeit eines Rückfells ist eben doch irgendwo ganz hoch und so weiter und so fort. Also manchmal können wir unsere Vorurteile, das ist ja eben so eine Bullshit-Wool, habe keine Vorurteile, doch irgendwie manchmal helfen die einem auch wirklich. George Clooney hat das doch bei ABCR gesagt. Dieses Schubladendenken bei der Sicherheitskontrolle immer hinter die Asiaten stellen, die tragen Slipper, haben nicht viel dabei, sind da schnell dabei, haben auch nicht 700 Sachen in den Taschen, dann bist du am schnellsten. Meistens ist es dann vielleicht tatsächlich so. Also Vorurteile doch helfen im Alltag schon irgendwie.